Ja, alle sind wir live. Super. Modern. Das ist intelligent. Mächtig. Benutzerfreundlich. Wunderschön. Man installiert Dynatrace und Dynatrace analysiert automatisch, ob alles so gut läuft, wie es laufen könnte. Dynatrace ist genial. Software wird immer komplexer. Wie das zusammen funktioniert, das kann eben nur Dynatrace out of the box. Das ideale Produkt, das Leuten dabei hilft, ihre komplexen IT-Systeme im Griff zu behalten. Dynatrace ist die einzige Lösung, die tatsächliche Zusammenhänge kennt. Wir verwenden unser Produkt so, wie wir wollen, dass unsere Kunden das Produkt verwenden. Wir scheuen uns auch nicht davor, wenn wir mal was ausprobiert haben, zurück an den Start zu gehen. Ich glaube, wir geben uns einfach nicht mit dem Status quo zufrieden. Wir haben die neuesten Technologien. Wir sind extrem breit aufgestellt. Jeder kann sich einbringen. Jeder kann neue Dinge lernen. Alle aktuellen Java-Technologien. C-Sharp. Wenn man mit modernsten Cloud-Technologien arbeiten möchte, ist Dynatrace tatsächlich die Wahl Nummer eins. Node.js, JavaScript, C++, Mobile-App-Development. Es wird nie wirklich langweilig. Jeder, der eigentlich Interesse hat, nicht nur Technologie zu verwenden, aber Technologie für die Zukunft auch zu definieren, für den ist Dynatrace der richtige Platz.